guten tag liebe eisenbahnfreunde und herzlich willkommen zu ortlofs wort zum monat der august wird ziemlich faul für mich werden ich habe keinen einzigen offiziellen termin das heißt ich mache urlaub ich fahre ein bisschen mit der eisenbahn und ich fange an mich um unsere nächste ausstellung zu kümmern das sind nämlich meine freunde lutz meter und stefan graus und meine wenigkeit mitte september auf der ima in göppingen zu finden wir zeigen eine anlage mit dem thema modellbahn und verkehrsgeschichte da ist noch eine ganze menge zu tun zumindest für meine beiden freunde die ja die techniker in dieser gruppe sind die monorail von schuko soll erweitert werden wir wollen mit einem weichen paar und zwei fahrzeugen unterwegs sein das wird ziemlich spannend werden aber was schon jetzt funktioniert das ist die loren seilbahn von der firma eheim die ist auch schon über 60 jahre alt aber sie fährt und mit diesen bildern verabschiede ich sie in den urlaub ich wünsche ihnen schöne ferien tolle erlebnisse genießen sie die zeit und freuen sie sich auf ein wiedersehen mit mir in ungefähr einem monat das war es von dieser stelle aus machen sie es gut bis denn und tschüss